Wir sollten trotzdem nachschauen. Warum sind wir hier? Du könntest recht haben. Sie sind keine schlechten Menschen. Allein zu sein ist auch nicht ganz sicher. Ich kann sie nicht verlassen. Und wenn etwas passiert, gibt es niemanden, um dir zu helfen. Wie viel Hilfe wird Kenny sein? Was er durchgeht? Er ist mehr eine Leihabilität als alles. Und Rebekka macht sich nur Sorgen um ihr Baby. Bist du die ganze Zeit allein gewesen? Mhm. Ich wollte immer schon eine Schwester. Ich hätte was. Was ist mit deiner Schwester geschehen? Was ist mit deiner Schwester? Es scheint, dass wir immer über das Ende sprechen wollen, nicht wahr? Du weißt, als eine große Schwester ist... ...ja, es ist lustig. Es ist wirklich einfach, dass sie schrecklich sein werden. Oh? Du weißt, siehst du... 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 Machen das Schwester dann so. Wieso tust du so was? Regierung ist ziemlich gemein... ...nach prac, allesiyorumdiert. Every summer we'd go to this amusement park in Virginia but the best part wasn't the rides it was that nobody knew us there and I'd pretend we weren't sisters just friends Alright Jackpot Bet these walkers got some good stuff Sollten wir nicht besser nach den anderen suchen warum sollten sie gutes Zeug haben Yeah We should check them out But you know why, right? Only because they're fresh Take a look Old walkers are a waste of time They're holding credit cards and busted old pages But these ones weren't walkers all that long ago They were survivors They might have useful stuff Tja, wo sie recht hat See what else he's got I'll check this one Man kann schon echt viel von ihr lernen Muss ich sagen Hmm Hold on to him I'm almost getting hard to come by and things aren't going to get better Find anything? Nichts brauchbares Führerscheine Driver's licenses Two of them Well, I guess some people just can't leave the past behind Smart haircut Thanks Ich war mit ihnen nur kurze Zeit zusammen Ich war zuvor in einer Bessung It makes me wonder It's never easy But I don't really know how it's supposed to be That's it A nail file These things are great Sharpen a blade Strike a flint Jamie always had one in her purse Could jab my hand Man lernt im Moment so ein bisschen auch mal eine andere Seite von ihr kennen Das finde ich ganz interessant mal an ihr Ich finde sie sowieso ist ein interessanter Charakter Noch ein bisschen schwer durchschaubar Aber in dieser Situation finde ich sie doch recht hilfreich Man merkt, dass sie halt viel alleine sich durchgeschlagen hat Hat viele Denkanstöße die man vorher vielleicht nicht so bedacht hat Was sollten das den anderen sagen? Das bedeutet nicht, dass sie tot ist Yes Ein bisschen pessimistisch ist sie vielleicht Aber Nein Nein Man den auf diese Art noch wiedersehen muss Oh kacke Manu Arme Clementine Gerade weil es ein Freund war Warum soll sie das dann machen? Genau Darauf habe ich Angst Wird nicht leichter, oder? Du kennst das, oder? Du kennst das, oder? Es wird niemals leichter, oder? Nicht für mich Das Hachet von dir scheint, dass sie ziemlich schnell getrunken wird Es wird dich getrunken Hier, benutze das Sehr effektiv Alles klar Obwohl ich jetzt gedacht hätte, dass da mehr Schlagkraft drinnen ist, aber da muss sie natürlich mit ihrem neuen Pickel da irgendwie ein bisschen genauer zielen Ich bin bereit, was jetzt Okay Sie muss halt näher ran, das meinte ich halt Okay, das ist ja gut, wenn sie ihr ein bisschen mal was beibringt Das finde ich gut Wie so eine Art Kampftrainerin Mhm Jetzt hat sie zwei vor sich, das war blöd Na komm Jetzt vielleicht das mit dem Knie, was sie gelernt hat Scheiße, Sarah Dann mach schon You did the knee thing Nice trick, huh? Not like this You can't do this That's a lot of walkers They look worked up about something And what gets the interest of the dead? People How do we get in? If we can make enough noise on this side Okay, ich weiß nicht so recht Ja, Lärm wird funktionieren Klingt nach einem Plan Ja, die Hupe Oder der Fernseher Und das reicht nicht aus Und das holt nur ein paar her, oder? Nee, komm Wir brauchen, glaube ich, die Hupe richtig So vom Auto Und so nehme ich mal an Ich will hier richtig Los geht's Bleiben die dann auch, oder gehen die wieder zurück? Dann drehen die sich wieder um Okay Haben wir hier irgendwo Etwas, was wir nehmen könnten Nee, das geht nicht Ich muss es irgendwie Befestigen, aber wie? Ja, dann muss ich nochmal weggehen, glaube ich Um das hinzukriegen Mal gucken, ob ich was finde Sicher, dass sie tot sind Wir sollten ihn durchsuchen Hoffentlich ist er tot So So Dann helft mal. Wir werden hier sterben. Vorsicht. Komm schon. Also der Knie-Trick ist echt gut. Den wird Clementine jetzt wahrscheinlich immer machen. Na, was denn? Jawoll. Okay. 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 Wo ist Sarah? Geht es dir gut? Wir müssen hier weg. Luke, wo ist Sarah? Was ist denn los? Die dreht gerade am Rad oder was? Wegen ihrem Vater? Sarah, schau. Schau, es ist Klam. Siehst du? Es ist einfach, wie ich dir gesagt habe. Sie sind okay. Wo du sie gebissen? Komm schon los jetzt. Was ist mit Sarah los? Was sie bitten? Did sie get her? Nein, sie ist nicht bit. Sie ist einfach... Ich weiß nicht was zu tun. Ich kann sie nicht aus. Ich habe versucht, sie zu carryen. Aber ich glaube, Carver hat mich gut gemacht. Ich weiß, es ist einfach, dass Carlos, sie einfach verloren hat. Sie hat es angefangen. Sie hat es durch die woods, wie ein Manniak. Ich habe sie für, ich weiß nicht, wie lange. Und dann, als sie sahen, hat diese Mobile Home gemacht. Ich bin glücklich, dass ihr hier seid. Helfen wir auf die Beine, können wir sie tragen? Vielleicht hört sie auf mich. 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 Hör, ich äh... Sie werden dieses Ort öffnen ziemlich schnell. Wir können nicht bleiben. Also, wir müssen sie auf die Beine oder wir müssen... Okay. Ich habe versucht, ich habe es für Stunden versucht. Ich kann sie gar nicht, um mich zu sehen. Ich will dir helfen, du musst mir zuhören. Ich will dir helfen, du musst mir zuhören. Du bist nicht allein, du stehst das durch. Ich weiß, was du durchmachst. Ich liebe es, dass ich so viele Menschen verloren habe. Aber es hat mich stärker gemacht. Ich habe gelernt, sich zu mir selbst zuhören. Dinge sind nicht so, wie sie vorhin waren. Alles ist jetzt hart. Du sagst das so, wie es so einfach ist. Nicht alle kann sein wie dich. Aber du kannst auch sein, Sarah. Ich wünsche mir das wahr. Ich wünsche, dass es so ist. Crap, wir sind verletzt. Was? Was ist die Skylight? All we got. Clem! Es ist kein Zeitpunkt. Alle warten auf dich. Unsere Freunde machen uns stark. Wir können keine Kinder mehr sein. Wenn alles begonnen hat. Ich bin mit meinem Freund, Lee. Er versucht, mich zu finden, meine Eltern zu helfen. Er hat mich mehr verletzt als jemand anderen in meiner gesamten Leben. Er hat mich verloren, um mich zu保fieren. Ich bin so Angst. Aber du bist noch hier. Er hat mich verletzt, mich zu sein, wenn ich Angst bin. Er hat mich zu leben. Er hat mich zu leben. Und dein Vater hat dich zu retten, weil du bist. Er hat mich zu leben. Er hat mich noch da. Ich wollte das. Er hat mich geschätzt. Er hat mich zu ergelegt. Ich werde jetzt eine Farbe-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A. Er hat mich wieder gegründet. Er hat sich gegründet. Der ist ein Geld. Er hat mich gegründet. Hilf mir hier, hilf mir das! Clem, sieh, was du finden kannst!